hallo und willkommen zu hotel remorse ich habe es bestimmt nicht richtig ausgesprochen es tut mir leid ein die exploring game glaube ich wir untersuchen hier glaube ich nur es gibt hier hoffentlich nichts wirklich gruseliges und wenn er nur ein bisschen ich weiß es nicht leg mal los ich will nicht lesen samstag der 2 oktober zwischen zwei und drei uhr morgens gab es einige reports über einen einzelnen schuss hallo ok das haben wir gehört es geht nur ein schuss erwarte in einem hotel gehört das heißt wir sind in einem hotel hallo flott unterwegs wenn wir irgendwas machen 8 april helde schwanger wir haben das nicht geplant aber ich werde es akzeptieren nach das ist ja toll und sie ist die einzige die ich liebe wir werden das durchstehen und wir werden bald heiraten und während der rest des lebens miteinander verbringen klasse guten tag wir haben keine beine tschuldigung das sind unsere schritte oder ich finde das irgendwie schon ein bisschen gruselig gerade ist ja wo auch nirgends worin oder flackert das licht das ist nicht gut leute das ist nicht gut wir können wir ja echt nichts machen ja was ist denn das für ein exploring hier leute da liegt was auf hallo 17 september wie konnte das passieren das war nicht so geplant wie auch immer wir wollten heiraten für über zusammen sein aber jetzt ist sie gegangen wir konnten sie nicht retten aber wir konnten das kind retten sie war wichtig für mich so heilige ich doch etwas erschrocken ich war auch jetzt nicht vorbereitet weil ich dachte das ist kein horror nein 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 hallo er für mich das gerade es ist so viel zu lesen das ist nicht zu lesen die tippen ob der warte lasse ich erst mal lesen hier steht eine stoff scheiß die mann warum wo die ernsthaft kann ich hier wieder aus holi was sind ich dachte das spiel ist schon vorbei können wir gehen bewegen wir uns ich bin mir gerade nicht sicher oder wir bewegen uns um eine ganze sache was hat er gemacht weil da ein kind und lebt nicht ich will nicht reden 21 september ich habe niemanden ich habe sie allein gelassen in der dunkelheit es schreit in der nacht warum hört es nicht auf bitte macht dass es ruhig ist ähm sei still helen wo bist du oder was hast du gemacht ich habe das schon gelesen danke cool so ist es ja ganz witzig auch das ist gruselig ich dachte ich kann ja mal ein hotel bisserl erkunden ich konnte hier gerade gar nix ich hasse dich was passiert denn da das passiert die schlüssel her damit wo muss ich leben wahrscheinlich hier ne mal auf die türo wo boobu time 24 september endlich es ist still ich dachte das zu tun würde helfen aber ich kann nicht schlafen was habe ich getan mein verstand ist verloren oder sie ich brauche dich helen hat er das kind getötet ist ja doof zitiert da liegt eine note ich renne ich eile ich fliege aber ich bin tot katze wo ich komme für helen kommt klasse das schiff zu haben ich rede ich heile ich habe gewonnen oder haben wir uns hier erschossen 8 april helen ist schwanger aber wir haben das nicht geplant auch wirklich das ist ja witzig das und zeitschleifen ding das ist ja cool mit story das hätte ich jetzt echt nicht erwartet ich dachte wir watscheln hier als sinnlos rum ich erinnere mich gar nicht was wir am anfang gemacht haben mit story gut dann werde ich mal zu der tussi dann ist das nächste mal jetzt flitzen nicht einfach abhauen gut gemacht heute wie konnte das was ja tschuldigung 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 stand nichts drauf richtig und hier ruf und nach jetzt kann man noch nicht reden wo war es sehe es nicht hier ich komme ich eile ich flitze ich bin unterwegs das ist echt gut gemacht das war nur so ein mini 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 game aber es wurscht ne irgendwie kann man muss man sich ja mal die zeit vertreiben ja mach auf das press so ne tschuldigung tschuldigung schlüssel holen ist doch ich finde ich eigentlich ganz gut gemacht also das ist doch überhaupt das ich eile ich eile hier oben her damit ja damit ja damit ja damit ich hab's gelesen so wo die wo kommst du denn da ist ja hier ist aber nicht der modi hat wollen das ziemlich verarschen und mutter muss man hier vielleicht irgendwas anderes machen kann man hier noch irgendwas entdecken oder ist es immer so ein zeitschleim ding ich bin ich das ist total cool wo wir irgendwo vielleicht doch ein kann man weiß es nicht und meist nicht glaube aber nicht das ist witzig warte 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 nicht dass ich hier doch irgendwas übersehe und dadurch da kein ende finde oder es ist wirklich so gemacht dass es kein ende gibt nicht rein witzig wenn ich jetzt nicht aufhebe passiert gar nichts weiß ich muss das jetzt schon so die tür ist jetzt hier oft gegangen leck mich doch jetzt nicht das habe ich nicht gesagt tschuldigung katze katze so jetzt gehe ich wieder mal zurück mal gucken hallo das ist ja das zimmer von wo wir kommen sie schon noch das gleiche zimmer die tür ist noch offen unsere komische schritte höre ich auch mutti was los mit dir doch du willst uns abholen kann ich nichts machen ach schade ich will das immer lesen nicht fünf machen es wiederholt sich immer und immer und immer und immer wieder was von dem ladebildschirm ich habe gedacht wie gesagt dass man da ein bisschen mehr akuten kann idee ist finde ich gut so weiter kommen wir jetzt hier auch nicht nur kommen wir hier irgendwas so der schießt sich immer wieder hier vielleicht hier kann man ja nicht mehr raus oder müssen jetzt hier weiter nichts das ist mit diesem neben so das letzte mal jetzt noch und dann ja funs nicht rum alles ist gut oder auch nicht welche tür waren das jetzt schon wieder so die davon handy worte macht ich habe doch gerade die tür gehört ich dachte die geradeaus ist das mit dem schlüssel okay okay ok 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 spüren verbirgt katze wird los hier ist doch das schon mit dem schlüssel ach so jetzt kommen hier die wände um 1 oder mich auch gestorben interessant es gibt es ja doch noch irgendwelche andere möglichkeiten das ist ja nicht übel katze los wenn man hier irgendwelche rätsel lösen muss bin ich raus freunde oder das ist ja doch komplexer aufgebaut als ich dachte ich dachte das hier irgend so ein popel mist tschuldigung auch so schlecht oder brauchen wir ja auch 120 jungen durchläufe wie bei pt das weiß ich jetzt auch nicht auf das brett ja komm ich lese die kacke jetzt gar nicht erst steht in strafen auf das geht nicht muss erst aufheben ach so okay alles klar molly ich bin unterwegs worten sie mal kurz so licht ja entschuldigung ich bin ich rum ich renne ich eile ja gut ich komme hier endlich weiter licht wo war es hier ist es du musst ja schon in die tür rein sonst geht es ja nicht weiter muss ich das echt aufheben dankeschön gibt es vielleicht eine andere tür wo man dann rein flitzen kann und klammer gucken jetzt mach mal licht an hallo bin ich in die falsche richtung gerannt ich bin ja clever heulen die rum gibt nichts ich eile ich bin gleich da warte hier auch schlüssel damit ich eile ich flitze die kommt auch näher ok ich habe die tür alles klar ja damit damit kann man hier drinnen weiter lachen ich bin jetzt rumdrehen ist nicht ziel ok 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 immer wieder so dass hier sind keine türen mehr okay keine ahnung ich weiß jetzt wirklich da noch was anderes gibt wo der nicht zwischendurch ist in ordnung ein coming for you da muss die dann sind wir für mich hier kommen sie mal ran ja wo die wo ich renne ich ich habe es nicht geschafft deswegen bin ich gestorben und ich bin ja du ich hatte es nicht geschafft interessant das muss ich wirklich los flitzen 20 minuten hier im korridor umgerannt für nichts ich eile ich weiß gar nicht mehr wohin ich ein soll eine note dahinten genau licht ich komme ich bin unterwegs vor geschwindigkeitsrausch freunde damit ja damit alles klar brett aufkommen wir haben keine zeit soviel hoch ist nicht gut ist nicht gut das macht man nicht im hotel so näher war es dunkel ja tschuldigung 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 ich habe es vergessen ich eile bis jetzt schaffen ja kind ich bin unterwegs und kletter alles gut polaroos habe ich dabei kein thema ja guckst du mal licht an hier wo muss hin hier muss hin ich bin so am rasen es ist wahnsinn mir schon ganz heiß so schnell bin ich unterwegs wo ihr schlüssel warte ich habe ich habe ja ich bin doch schon da mal so hier kommen ja ja mit der note kommen noch hin los kommen zack ich sag ich sag ich sag ich mach 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 ich auch gelesen ich habe es gelesen zack hier kommt los mutti mach 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 so nie wird die note erst welche richtung muss rennen soll ich schon vergessen nach links glaube ich spiele ich das jetzt so 20 minuten oder super kann man seine zeit verbringen geil das hat funktioniert dann ne ich renne die falsche richtung ist doch blöd ohne das schaff ich nicht wo die haupt jetzt weg das ist doch ich habe das schaffe ich lass mich raus lass mich raus lass mich auch ich hasse dich mutig hasse dich ich muss nach rechts rennen das wird jetzt aber echt doof ich würde es jetzt wissen ich da wirklich rauskomme weg damit lass mich raus hier kommen mal ruf ich muss nach rechts rennen nach rechts nach rechts ist es dann nach links rennen bitte ich flitze ich eile ich bin unterwegs ich weiß ja was man wirklich schaffen kann bild mir das vielleicht auch nur ein macht das jetzt hier noch 100 war und dann ist nicht aber hey dafür sind die spiele da also wenn das funktioniert das ist ja richtig gemacht ja weine ja ich weine mal ruf und hier hinkommen ruf komm lass mich doch da rein hier noch schnell der letzte ziert er ruft ich bin unterwegs bin ich bin ich eile ich eile damit wenn ich ja schon wieder in die richtung tschuldigung oder hierhin muss ich musste nach rechts rennen rechts nicht nach links damit so hier kommen ruf so hier kommen wir hin ja 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 immer an der wand lang ich schaffe das ich krieg bett hin sofern es das spiel zulässt ansonsten ist es jetzt doch jetzt so durchgang kein 20 minuten so ein miste habt ihr richtig gemacht jungs und mädels oder warum man das entwickelt hat doch richtig gemacht einfach mal richtig gemacht ich renne schon wieder in die falsche richtung wo denn hier ich habe das doch nicht oder das ist doch so gemacht dass ich es nicht schaffe hallo ich muss jetzt aussuchen muss ich hin will klingt nicht gut freundet jetzt klingt nicht 666 geil da freue ich mich jetzt aber hallo kommt jetzt hier raus cool das ist witzig und nun freu ich mich danke für diese jumpscare ihr seid kacke made by charlie behan alles klar junge das wurde schlecht das war witzig dankeschön ok leute also das sogar seine zeit vergolden hallo auch süß was ist denn das ein hamster ich kenne mich mit solchen klebt hier nicht auf wow guck mal mein desktop bild ist es nicht wunderschön ich danke trotzdem fürs zuschauen und dann bis zum nächsten hoffentlich richtigen horror game wieder wiederum keine ahnung ich wünsche euch was bei bei ja 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 ja